So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Das 14.000 Abonnenten-Special. Und gleichzeitig auch ein kleiner Einblick, wie es gerade bei mir aussieht. Nach acht Jahren in dieser Wohnung ist der Umzug da. Wir räumen gerade alles aus. Das ist mein aktueller Schlafplatz. Einfach auf den Boden gelegt mit einer Decke. Wunderbar. Thomas ist auch da. Der versteckt sich hier hinter der Jacke. Hallo Thomas. Hallo. Und ich gehe jetzt mal kurz hier rüber, weil dann ist ja die Belichtung besser. Wir haben nämlich, weil auch für die 14.000 Abonnenten, und ich muss eh ein paar Sachen loswerden und kann nicht so viel mitnehmen, haben wir gedacht. Für die 14.000 Abonnenten, verlos mal was. Ein Paket-Special-Kleidungs-Pokémon-Go-Irgendwas-Ding. Und Thomas zeigt euch jetzt, was das für Sachen sind, die da drin sind. Und dann sagen wir euch, wie ihr das gewinnen könnt. Als allererstes haben wir den Feinherr mit der gelben College-Jacke. Schwarz sieht aus wie Dortmund. Und hier habt ihr natürlich das Team. Wie heißt es? Instinct. Instinct. Ich hätte müsste gesagt, siehst du mal, wie ich mich auskennen. Das Instinct-Logo auf der Jacke. Das ist eine College-Jacke. Die kann man gewinnen. Das ist Teil 1. Thomas. Das geht so. Guck. So. Dann haben wir noch ein rosanes Pikachu-Cabby. Das ist ein Pikachu. Wenn man es rumdreht, sieht es aus wie Teufelbon. Aber es ist ein Pikachu. Das könnt ihr gewinnen. Rosa. Was schweißt du da sitzt dahinter? Halt die Klappe. Hast du nur gerade gesagt. Dann für, das ist für Männer, das ist für Weiber, äh Mädels. Das ist für Biertringer. Nämlich das Bierkatschuh-T-Shirt. Das müsst ihr ja nicht anziehen. Das könnt ihr auch einfach an die Wand hängen. Dann haben wir nochmal, wer sich sagt, ich bin zwar gelb, aber ich gehe nicht mehr zum College, dieses Team Zapdos. Das ist Thomas so lustig, ne? Ja, dieses Zapdos-T-Shirt noch. Immer wieder schön, wenn du dich büxt. Und wer eine Freundin hat und gelb ist, aber die Freundin ist rot, ne? An manchen Körperstellen, der kann hier dieses, ich weiß nicht mal was es ist, Lavados mit Bauchtasche, langärmlich, plus Kapuze. Pass auf, da wird er selber in den Mund verfügt. In den Stoff. Das ist schön zum Chillen abends, ne? Wenn ihr Glück habt, gibt es diese Plastiktüte auch noch gerade dazu. Die kann jetzt Thomas sich über den Kopf ziehen und dann fällt er um. Das machst du jetzt aber nicht, weil wir sind ja, wir müssen die jetzt kaputt machen. Ich will jetzt hier über den Kopf ziehen. Nein! Aber wir gucken mal kurz rein. So sieht das dann aus. Nicht nachmachen, dass es hier nicht schäcker ist. So. Das sind jetzt verschiedene Größen, das ist egal. Nehmt es einfach und gibt es dann in die Kleiderspende, wenn ihr es bekommen habt. Einer kann gewinnen, diese ganzen Sachen. 1000 Abonnenten Special. Guck dir mal den Karton mit Reselkret UK-Boxen an. Richtig genial. Da müsste man jetzt reinspringen. Das wäre auch richtig genial. Was ihr dafür tun müsst, einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Mit erstens eurem Trainernamen. Zweitens, wie heißt denn der Herr, der neben mir steht. Drittens, wie lange war ich jetzt in dieser Wohnung? Viertens, wie heißt mein Kater? Fünftens, Hashtag alles muss raus. Egal wie ihr es schreibt, das ist alles sowieso beim ersten Ding genau wichtig. Heute ist Dienstag, da kommt das online. Ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen. Montag, 21 Uhr ist die Frist, um zu mitmachen. Montag, 20 Uhr gibt es nämlich Chill mit Ramses, der Livestreamer, Montag. Zum Ostermontag. Montag, Ost, Osterspecial auch noch, richtig genial. Das streame ich 20 Uhr, woher auch immer. Und 21 Uhr ist dann Verlosung. Und ihr seid live im Stream dabei, wenn ihr gezogen werdet. Und dann könnt ihr das gewinnen. War das jetzt verständlich? Willst du noch was hinzufügen? Ihr schafft das. Ich glaube an ihn. So. Adi Schatz, guck, den können wir aber nicht gewinnen. Und jetzt ist auch die restliche Antwort da für Leute, die mich gar nicht kennen und neu sind. Alle Antworten sind im Video versteckt. Und auch der Thomas ist im Video versteckt. Der Thomas und der Adi Schatz. Nach acht Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und noch leichter geht es nicht. Alles muss raus. Das war es von unserer Seite aus. Wir haben heute noch was vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, for out. Euer Ramses, äh Ramses. Woppa! Nicht so. So einfach. Alter, einfach dastehen, wie so eine Wurst, wie eine Mauer.